Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge holt. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr, er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Ja, scheinen wir eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Als Assassine. Ja, den lieben Altair hier, den wir spielen. So heißt nämlich der Vorfahre. Und ja, anscheinend sind wir auf eine Mission unterwegs, um bei den Templern zu schauen, ob sie einen Schatz gefunden haben. Ist ja auch immer interessant. Und dann klettern wir mal die, nicht die Wand, sondern die Leiter hoch. Und da haben wir noch schon mal einen Templer hier. Ziel erfassen. Und ein heimliches Attentat. Ja, wie man vielleicht auch... Ne, okay, ne, doch noch nicht. Oh, okay, da ist alter irgendwie gesprungen und dann auch wieder nicht. Interessant. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt. Da kommt jemand. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakal aus Masjaf kümmern. Robert des Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair. Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auf die Dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Hm. Naja. Ob der Altair sich nicht doch vielleicht etwas überschätzt? Nun gut. Wir stellen uns auf jeden Fall dem lieben Typen hier. Halt Templer. Ihr seid nicht die Einzigen hier. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Ich würde sagen... Euer Tod. Blut. Nein! Nein! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Oh! 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 Männer! Zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Oh! 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 Verdammt! Anscheinend haben wir unsere Freunde verloren, wegen unseres Hochmuts. Und wie man in der Katzi ihn gerade schön gesehen hat, oder auch hier jetzt, das äh... Ja, Altair hat wohl seinen Ringfinger abgeschnitten bekommen worden, blablabla. Tutentun hat so seinen Ringfinger verloren, damit diese versteckte Klinge da an seinen Fingern vorbeikommt. Das ist ja auch sehr interessant. Naja, aber die versteckte Klinge ist schon eine sehr interessante und sehr nützliche Waffe, wie wir später noch kennenlernen werden. Also es ist eine meiner Lieblingswaffen im ersten Teil. Da kann man schon sehr viel Spaß haben damit. Okay, wir klettern erstmal die Mauer hier hoch. Und versuchen hier irgendwie rauszukommen. Das sieht mir doch schon nach Freiheit aus. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Achso. Quasi vorspulen. Altair, ihr seid zurück. Raouf, wie schön euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Tja. Oh, was sind wir denn da? Warum können wir den denn anwählen? Bestiehlen können wir den. Okay, die guckt ein bisschen. Sie haben die maximale Anzahl von Messern erreicht. Okay, also haben wir hier Wurfmesser. Die versteckte Klinge, unser Schwert und die Fäuste. Oh. Komm zurück, Feigling. Komm zurück, Feigling. Upsa. Okay, bevor ich hier noch weitere Unschuldige verletze. Hau ich mal lieber ab. Schön. Jetzt habe ich aus Versehen einen Zivilisten getötet. Das ist ja schon doof. Naja. Oh, was ist das denn hier? Da will ich aber nicht runterfallen. Oh, ich glaube ich habe gerade mein Versteck zerstört. Uhuhuhu. Puh. Wachen. Er hat jemanden umgebracht. Ja, supi. La la la. Ich will nicht nur mehr Leute töten, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Jatt, ja. Angefangen hat meine ich natürlich. Und das ist doch wirklich eine prachtvolle Burg. Oder so. Oder Festung. Was war das jetzt? Ich glaube es war eine Burg. Ne, Turm. Ja, ist der Meister in seinem Turm. Ja gut. Und das davor ist wahrscheinlich eine Festung oder so. Ja, wo ich hin will. Ich will natürlich hier hoch. Zurück. Abbas. Zurück. Wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Jaja, Bruder. Es ist immer schon sehr lustig, wie die alle zurück aussprechen. Zurück. Zurück. Hallo. Zurück. Ich bin zurück. Ja, ich bin schon auf dem Weg. In der Festung dürfen Waffen nur im Trainingsraum benutzt werden. Alter ihr. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich spreche nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tod. Nein! Nicht tot! Malik! Ich lebe wenigstens noch! Und euer Bruder? Erschlagen! Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt! Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben! Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Einer? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier! Nehmt es! Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister! Wir werden angegriffen! Robert de Sable belagert das Dorf vor Masiaf! Also sucht er den Kampf! Nun gut! Ich werde ihn nicht abweisen! Geht! Sagt es den anderen! Die Festung muss vorbereitet werden! Was euch angeht, alter ihr! Unser Gespräch wird warten müssen! Geht zum Dorf! Vernichtet die Angreifer! Vertreibt sie aus unserer Heimat! So wird es geschehen! Spule fort vor aktuelleren Gedächtnisabschnitten! Okay, jetzt geht es ab hier. Und wir konnten den Schatz doch noch bergen. Also, ja gut, besser gesagt... Der andere schwer verletzte Typ, der jetzt auch leider die Feinde zu uns gelockt hat. Und hier sind schon lauter Verletze. Ja, wir stellen uns mal den Angreifern entgegen. Altair! Gut, dass ihr da seid! Wir brauchen Hilfe! Was ist geschehen? Templer! Sie griffen das Dorf an! Die meisten von uns konnten entkommen! Die meisten! Aber nicht alle! Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab! Beschäftigt sie! Und ich rette die, die noch dort festsitzen! Wie ihr wünscht! Jaja, aber erstmal rumnörgeln, ne? Dass wir der Schützling vom Meister sind! Und der Stiefel lecker! Paffen! Zwei, vier, eins, drei! Ja, habe ich ja schon erklärt! Wir gehen mal runter! Und hier auch! Und hier auch! Hallo! Kampfmodus aktivieren! Komm her! Das ist eh keine Chance! Sag ich doch! Und jetzt die versteckte Klinge! Denn da gibt's vier schönere Animationen! Upsa! Okay, das war natürlich doof! Nein, ich will meine versteckte Klinge! Ah, was soll das? Komm, greif an! Nein! Versteckte Klinge, Mann! Ah! In den Kopf! Aua! Nein! Versteckte Klinge! Ah! Ich will die versteckte Klinge ausprobieren! Los! Komm schon! Komm her! Ja, los! Bam! Ach, ich liebe es! Okay, wechseln wir zum Schwert, sonst verrecke ich hier noch! Gott! Komm, wir müssen den aufdrehen! Komm schon! Keine Chance! Bam! Wer will noch, hä? Wer will noch? Du! Ich töte euch nicht! Ich töte die Templer! Na, komm schon! Und, tschüss! Aus dem Weg! Okay! Okay, zack! Überraschung! Okay, und jetzt mit dem Wurfmesser! In den Fuß! Und in den Kopf! So, da ist da noch einer! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da! Zack! Zack! Okay, und jetzt bleibe ich beim Schwert! Weil die Fäuste sind mir dann doch so ein bisschen zu schwach! Was haben wir da? Noch mehr Templer? Kümmern wir uns um sie! Lass dir wohl die arme Frau in Ruhe! Nimm dies! So eine Unverschämtheit! Zurück! Ich komme zurück! Los, Alter, hier rennen! Da, da sind die Templer!